Musik Hier steht dort, Gott Jesus, Sitten, die wir sein, Die Urlaub, das weicht uns, weicht, Die sind, das weicht, Die bestie Friede sein, Die Urlaub, das weicht, Wir sind, die Urlaub, das weicht uns, weicht, Die sind, die Urlaub, das weicht uns, weicht, Die sind, die Urlaub, das weicht uns, weicht, Wir sind, den Sennig uns, weicht. Volle Gnud, zur Friede, zur Wunder, wo all, Die sind, die Urlaub, das weicht uns, weicht, Zerrück, das blüht, inser Wett, durchschneu, Die sind, die Urlaub, das weicht, Die sind, die Urlaub, das weicht uns, weicht, Die sind, die Urlaub, das weicht uns, weicht, Die sind, die Urlaub, das weicht uns, weicht, Wir sind, denn sei die Verzweig. Die Brot, die gesunken sind, die sind, die Ola, Verzweig und Zweig. Und durch den Glauben erkritten, die sind, die Ola, Verzweig und Zweig. 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 Wir sind, denn sei die Verzweig. Wir gesunken sind, die Ola, Verzweig und Zweig. Mein Herz, wie viel, wie nicht verlangt, wir sind, die Ola, Verzweig und Zweig. Die sind, die Ola, Verzweig und Zweig. Die sind, die Ola, Verzweig und Zweig. Wir sind uns in die Gonsdreie. Und es liegt nur ein Teil, hat mich in die Säen, die Ola, das weig uns weig. Die Meinten, das nur im Himmel geht, die Säen, die Ola, das weig. Die Säen, die Ola, das weig uns 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 weig. Wir haben sehr viele Erfahrungen in der Bibel gehört, dass wir hier auf dieser Jahr eine Gemeinschaft und andere können haben, was sich liegend hat mit der Gemeinschaft zwischen uns und Gott. Und ich zeig dort von euch, ich denke, mal ein bisschen anzureden, was wir machen, das wir viele von uns haben, wir leben so boben, wir leben so natürlich, wir haben viele Probleme, viele Kämpfe, viele Dinge, die wir machen, mit verschiedensten Fleischchen, die das Erntfleisch, so ich sage, Beleidungen, Wärternisse und Verständnisse, Uneinigkeit und wir checken sehr an das bohste Ding, was wir in unserem Leben beginnen, natürlich. Und so scheint es, als unser Leben noch in viel mit Hause ist, das hier passiert, dass es nicht sehr viel Seilische Connection ist. Das wird emotional, als es uns auf Deutsch vielleicht freut, auf Englisch war es, wie ich mich benutze, und wenn es nicht so ist, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist, was eine Wahrheit leben kann. Und ich habe ein Vers, was ich an denke, in Epheser Kapitel 5 Vers 2, in der Art, ich glaube, wie ich es dort, da sagt es, dass Johannes ist groß. Ich rede von Christus in der Gemeinde. So hat es, von Johannes, eigentlich handelt es sich, diese Klasse, oder dieses Kapitel, um das Euerleben. Du hast es, von wo die Frühe ist, alle die Mannen, wenn es die Frühe ist gemerkt, für die Mann. Die Mann ist das Haupt einer Familie. In Choraxus Christus, das Haupt ist für seine Gemeinde, so ist die Mann für die Frühe. Und dann sagt es, in der Frühe soll der Mann so ungeduld sein, als die Gemeinde Christus ist. So, um das Bespieler, das Ding, brücken, dann brücken wir die Hoffnung, um zu verstehen, was Christus zu der Gemeinde ist, und was die Gemeinde zu Christus ist. Und hier ist eine dicke Gemeinschaft, die wir nicht beleben können, erstens an Denken zwischen Eierlied, und so auch eine Familie. Und hier ist die Gemeinde, und sie steht auch zu der Nöbesch, zu alle Menschen. Und in der Grootepart, wo wir die Gemeinde haben, hebt diese Eierlied, was Gott seine Gemeinde ist, ist eine Connection mit dieser Zölische Gemeinschaft, was wir nicht beleben können. Und mir ist das ein sehr Wettvolle Ding, wieder ein Neum zu lassen, was wir als Personen, einander, können die Däupen und Wahrheit uns verbringen, und diese Däupen Geheimnis an Christus zu finden. Ich habe hier ein Bild, was ich den anderen Tag in da, ein langes Ding und gedacht an Eierlied, aber nicht blaues Eierlied. Hier sind es drei Dinge, was ich in den Fall rückbringe, und was wirklich der Unterschied ist, von natürlich zu leben, und säilisch zu leben. So, da habe ich ein Bild aufgemeldet, dass boven ist Gott, was er immer macht, er immer alles hat. Gott ist der, was wir in dir gemerkt haben, er möchte Adam und Eifer zum Anfang, und er möchte dich so vollständig, dass die sich vermehren können. Das ist uns bekannt. Es sind viele Billionen Menschen auf dieser Welt, die entstehen von Adam und Eifer, was Gott gemerkt hat, und das funktioniert von dir nach. Wir würden sagen, natürlich das Ding, was wir seine kennen, morgen früh befreien sich, und die Kinder, und die Familie, und so lebe ich. Und das Schöne Ding, was von der ganzen Tag auf vielen Städten passiert, ist, dass die Menschheit natürlich lebt, sei es als feit. Das ist ein Unterschied zwischen feit und Menschen. Was ich mit dem erklären will, ist, dass wir Menschen leben so natürlich, aus der Natur heranen. Ich sage manchmal, so ist der Wind bloß, so bloß wie mit. Aber all das ist ein Ding. Und das Befrieden, und Vermeulen, als Befehle Menschen, sei es natürlich. Das ist bloß so, dass es ist. Ein Junge ist, die Jungen hat ein Mial, die Jungen hat ein Jung, und die kommen schließlich taub, befreien sich, leben sie dort wieder. Und aber was da missing ist, ist das Seilische Pad, das Geheimnis zu finden, und was wir anders sind, als Tiere sind. Und von diesem Jahr, ich habe mich ein klein, ein bisschen deutlich, ich will sagen, ob ich in dieser Karten-Tit, wo ich reden kann, ein klein, ein bisschen, ich kann aufdagen, merken, dass wir uns, und andere, verstanden haben, und was das meint, eine Seilische Gemeinschaft zu haben. So, Gott, als die immer macht, dort, als die, woran sie gemerkt hat, und die hat die Früh gemerkt, doch die hat die Mäne, ich kann sagen, die hat die Mäne gemerkt, und die hat die Früh gemerkt, vor dem Mäne. Das ist, was sie hat. So, und dann, das ganze System, kann man sein, was Gott geplant hat, und das, ein Leben, und das Leben, ist natürlich, du denkst, die Welt soll erfüllt werden, fillet die Erde, und das mit Tieren, oder mit Menschen, und ich glaube, das mit Beides, und dann sage ich das, und die sollen herrschen, immer die Tieren, die Veel, und die Ves. So, das ist natürlich, du denkst, was passiert in dem, und was noch einmal passiert. Und als ich, was in vielen Menschen, eine große Hauptsache ist, ich will mich befreien, und ich will anfangen zu boeren, ich will ein Haus haben, ich will ein Fortig haben, ich will eine Arbeit haben, und ich will Geld verdienen, dass ich entscheidend leben habe. Und so ist meine Früh, und dann, dass wir sind da mal taub, und weißt du was, dass Sex lebt, so sehr viel wird, dass wird Füßt gedauern, und das darf ich hingehen. Und das ist auch nicht arrech, aber dass es natürlich, so ist da dran, und das. Und nun, wenn wir dollen nennen, gehen wir an das seilische Port, an das, wie können es sagen, das emotional Port. Und ich habe das Bild so gemalt, also, das emotional Port, das geht zwischen uns und uns. Und ich habe hier morgen und früh, aber ich denke nicht bloß an morgen und früh, ich denke auch an älteren und Kindern. Du hast was emotional ist, was säilisch ist, was wir beleben, in einer Familie, was ein sehr guter Wettbewerb ist, was sich gerade liegend, mit dem jetzlichen. Wir haben den ersten Korinther auf, vor uns auf, dass er redet, gerade von der Untertänigkeit, wo die Früh soll sein, der Dämon. Wir haben den dritten Vers, da, da redet, von, da die Früh soll Dämon. Und ja, du und sein, wenn es, Dämon ist, das Haupt. Und Christus ist das Haupt für Dämon, und Gott ist das Haupt für Christus. So hier ist eine Autorität, können wir sagen, eine kraftvolle Macht, von Bove, bei der Früh. So, und was meint das? Wenn die Macht da ist, so, natürlich sei wie, dass die Früh sind, gemerkt, von den Mann, einen gothaften Plan da werden, dass das Schaufen nicht. Und dann haben wir das Geheimnis, zu finden, so ähnlich, als ich mit Christus kann, die Menschen, und wer nicht wirklich Christus tschanet hat, da kann seine Worte, diese emotionale, seilische Connection, auch nicht, kann er kriegen, wenn sie hoffentlich nicht, die da ist. Und wenn ich sage, an dem Sinn der Leben, wo wir sind, wenn wir sind, wenn wir sind, oder noch sind, wie haben wir das, wie Brücke, zu erkennen, dass wir sind, verloren, ohne Christus. Durch Jesus Christus, und das Thema, wenn ich nicht, wie ich nenne, wo eine Begehrung ist, aber das ist mit, und es ist eine Connection, was wir direkt mit Christus kriegen, da ist eine seilische, und eine jeselische Gemeinschaft. So, aber wenn die jesel, die du nicht hast, dann ist die seilische auch nicht. So, wir brauchen jeselisch, zu denken, um, dass wir connected, mit dem vor uns, was passieren wird. Und dann, wenn das passieren wird, die ganz meisten Menschen, die kriegen, und da wird voll das seilische Gefühle. So, die seien, die kriegen, in duipen Friede, im Horten an. Und das ist, wo ich von rede, dort ist ein seitet, makeliert, fredelt, gefehl, was im Horten ankommen hat, von, dass wir hier Rat sind. Aber wirklich, ist dort nicht unsere Ratung. Unsere Ratung ist, durch den Glauben, an Jesus Christus, was Gottes Wort leren hat, dort ist die Wahrheit, wo wir hier Rat sind. Und wenn wir das um Glauben annehmen, dann schenkt Gott uns, in ihr fühlen, und unsere Emotions kommen, an unsere seilische Seil. Du hast, wo es sich dort Gott feilet hat. So, hier ist der Anfang, von Erkennen, was seilisch ist. Und ich sage, wenn die dort beframt ist, was in den Emotionen sind, dann macht man, wenn du wirklich böse bist, repentant bist, du sagst, ich habe mich verschuldet, dort passiert was an deinen Horten, und dort passiert was an deinen Emotionen. Dort, wo du immer anst, dass du erst was makelst, was wertvoll ist. Und an so einem Menschen ist dort, sogar wenn der nächste, das kommt an mich, und der der böse, über das, was ich an mich verschuldet habe, er kommt und sagt, ich habe mich, weißt was, ich habe mich, 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 und ich will das zurücknehmen. Dort, ich habe mich, und meine Emotionen, und sie, ich weiß, wie du fühlst, die Menschen. Das ist, was passiert in dem. Und das Emotion, das geht wieder. Ich sage, das ist das Geheimnis, was wir finden können, an Christus, in der Gemeinde, so können du und ich, das mit unseren eigenen Partnern beleven. Als die Mann oder Frau bist, du kannst das beleven. Und das ist, was wir folgen. Und wenn wir an diesem emotionalen Ding wieder taub leben, dann sind wir nicht bloß natürlich. Natürlich, dann haben wir das bloß zu Hause, die frühe ist, die Mann soll, die unendung sein. Wie lest du das in der Bibel? Und viele Menschen glauben, wie das ist, ja, die frühe ist, mal die Mann unendung sein. Das wird die Bibel sagen. Okay? Dann hat die frühe ist, halt das Eugleck getroffen, auf dieser Welt, dass sie macht, bloß einmal unendung sein. Ich habe nicht geholpen, Gott hat das gesagt, und das ist das Last, das Sklo, was sie machen sind, ja. Und das sind sie viel, natürlich. Und die Welt, will das auch hier und andere, wenn sie das nicht raachen, dass sie das Sklo für sind, und dass sie bloß alle Wege in ihr Hohle waren, doolgedreckt waren. So die will das ändern, dass sie früher selbst ihr Rauch haben, was Mann hat. Und wenn die Welt jäßlich kriegt, dann wird es auch noch reich. Weil wir haben das auf den Pfarrer gekriegt, das sagt, als er erst im Morgen unter Christus, kriegt er die frühe unter Christus. So das jäßlich geholfen hat, erst in der frühe nichts anderes, außer im Morgen. Wir haben eine schlechte Verbindung mit Gott, und wir haben eine schlechte emotional Verbindung mit Gott. Wir feilen glücklich an diesen Frieden, an dieser Erraten, an dieser Lösung, wort Gott für uns haft. So dort ist der frühe keine reichste Mann, das habe ich ganz krank über ihn. Und ich kann glücklich feilen, mag Gott, das sagt nicht, dass meine frühe das. Wenn, sagt er, man sie. Sie kann, ob dich steht, nicht unter dem Morgen sein, in Lüren, so wird diesen Frieden von dem Morgen. Die Brücke sind direkt von Gott. Und das type wird voll emotional, je viel, was ich kann, am Ort, als ein Port von dem Morgen. So dort ist das Gäßel, die Port, was ich aufgemeldet habe, dort geht eine Heche noch auf. Diese Frühe hat direkt noch Gott, dieses Mann hat direkt noch Gott, und das Gäßel, die Port. Und wenn das Gäßel, die Port passiert, dann schenkt Gott uns auf diese Emotionale, die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle, die Gefühle, zu leeren hat, und die sind nicht gegründet, die sind immer mal für so ein Kartsstotzchen. Ein Mensch, was sich bedringt und weil maglich viele merken, dass es bloß nicht Tied lang, und hier war er eh war, dann hat es doppelt anderen bei. Dann fehlt er in Schuld viel, in verloren, in verschieden, so eine Dinge. Und hier, ob er eine Wahrheit, du hast das Wort, was er bleibt. Du hast das Wort, wo die Kost an Holen. Das ist aber Wahrheit barer, du kannst dich nicht bloß an die Emotions holen, du kannst wirklich an die Wahrheit, was Gottes wird leeren hat, und was Gottes wird eine Kraft ist. Gottes ist nicht bloß ein Wort, das ist eine Kraft an das Leben. Und dann, wenn diese Emotions erfüllt sind, dann ran wie Eva, nicht? Oh, dass es so viel wird, dass ich mein Sünde lebe, ich kann loslaten, ich sich so dankbar, dass ich mein Schuld gefehl, all die Sünde, was ich getan habe, das kann ich im Hurt so klar fühlen, das ist wahr, das ist vergieft, ich habe nie geloten hat, das ist hinger mich, ich sehe das ist wahr, ich sehe ich zum Licht kommen, jetzt kann ich sein, jetzt ist mir das klar, und das sind die Emotions die ich nachher bringen, und das wird voll, das habe ich gedankert für, und dann nächste to go with an, wo do ich das Emotions share, weißt ihr was, wann ich dann kann, mein Partner oder mein Freund oder mein Opa gehen, wo immer das ist, und ich kann immer sagen, hey Bruder, weißt was ich stuhr, weißt nicht wo mich dort ohr hat wenn dem Doktor nicht können ein Appointment kriegen, all dem Kontum sein, und weißt was von dem an her ich verjewung getragen, und ich habe so geleckelt, makel get, je viel getragen, immer mein Leben, ich weiß Gott ist was mir da wahrgenommen, hier fängt die Gemeinschaft an zu schaffen, hier sind Geheimnis, das von ich das do, und wir haben etwas was das in die Bibel, Matthäus Kapitel 4 Vers 2 und ich sage, wenn wir Jesus bekanen, wenn wir Emotionally Jesus bekanen, dann wir diese Kraft kregen, und da ist wie ich mit die Gemeinschaft kregen, und das connect, das Leben, und das was eine Hilfe die Gemeinde geft, weil das ist, du hast wie wie breiter war das wo wir das connected haben. So wir haben ein Klingbätschen, das das Geissel gepostet, weil wir davon reden von Gott ans Emotionally trage das, ich würde gleich ein Klingbäts mehr Bilder von dem Geissel gepostet. Ich will nicht sagen, dass die rennärmer waren, wenn die wirklich böse down in dem Leben kommen, dass die Emotion vor zu schaffern worden. Aber kann sagen, Fleisch ist ein Mensch, der das fremt, dem ist das nicht bekannt. Die feilen nicht nur seien gehen, wenn es das fremt. Die feilen nicht nur beten wenn es fremt. Wenn ein blödes beten für Menschen, dann wird das Fleisch gekriegt. Das kann nicht sein. Ich kann mit Jesus nicht geschehen. Das mich fremt. Und weißt was an Glauben an Christus ist das passiert. Und die Emotionen haben wir nicht gekriegt. Und wenn es fleischlich ist, dann kommt das nicht raus. Und diese Emotionen will ich sagen, es verschiedene Menschen. Some Menschen kriegen die Forts, wenn sie erhört über Christus. Da fängt das Forts an zu funktionieren. Und some Menschen brauchen das ein Tid. Aber das kommt. Ich sage immer, das hat Gott versprochen das Emotionen schaffen uns. Some die kriegen in die viel. Ich habe gehört, wie sie gebeten haben, wo sie Christus gaben, wo sie nie geboren werden. Die sehten, sie konnten am gebeten, wo sie diese Emotionen geconnecten haben, mit dem Christus. Die sehten, können feilen, wo alle durch die die scharpe weg trakt, und bloß leicht geworden. Some sehten, die feils nicht mehr anscheiden, die gehen. So, das ist eine Connection mit den Emotionen. Der Nächste, der feilt nicht in seine Charpe, aber er kriegt in seinen Gedanken, er kriegt ein ganz klare Bild, von wo Jesus seine Hand reit und sagt, komm, ich nehm die an. Der andere kriegt ein klare Bild von dem Buch, wo eine rote Pan steht, in der Schrift der Sein Noam im Himmel im Leve spülen. Der andere, der kriegt bloß ein klare Licht in der Welt und ein Engel er auf, mit Meis boven, Meis mit Armen und so back. Und weißt du was, das geht in die Emotions und die Gefühlen sind, wo wir wirklich connected sind, wir sagen, ich habe ganz Kloa, Jesus es an mir hat je kommt, ich twiebel nichts. Und nu will ich sagen, das emotional Ding, ist ein sehr wie ich denke, aber das kommt auch an, dass wir ab die Emotions bühen. Dann habe ich das einmal getragen und dann ein Weg wieder, zwei Weg wieder, einmal kommen beim Kampf na, oh, dann verlangt uns den Engel, der soll mir nicht wiesen kommen, was so feilen, als es feilen. Weißt du was, Emotions ist eine Folie von ans Glauben an Jesus Christus. Wir werden nicht anfangen die Emotions zu folien. Das ist das das Geisel Poet. Wo sind das Emotions? Das ist die viele zu das zu ein anderen zu leben. Wenn du dacht, wenn du mit das Geisel Poet mit meiner Frau und mit dienen Frau kann tun, das kann so du nennen. Und im Glauben auf Jesus Christus von dem Leib was ich ge habe, das ist das Das ist die seltsche Läu, die ich gemacht habe. Das ist die seltsche Vergebung, die ich mich gejagt habe. Und ich habe letztendlich verdaut. Und an diesem Fall, mit meiner Frau, zu verbinden, dann nehme ich ihn morgen mit mir auf, an die Wahrheit. Ich komme auf das Licht mit ihr, an die Wahrheit. So als wir in den ersten Johannes, den ersten Kapitel fingen, da sagten wir, wenn wir im Licht wohnen, so dass er im Licht ist, dann haben wir diese Gemeinschaft. Und das ist was es braucht, um diese seltsche Weetvalle, die viele zu kreien. Daher braucht ich aufkommen, um eine Frau, und vielleicht so über morgens, wo immer wieder Zeit hat, ich sage mal, das ist dieere Wichtheit. Und das will ich euch mitgeben, dass ihr diese dieere Wichtheit nemen, und nehmen best ihr Zeit, ich sage mal, 14,5 Uhr mal, an die Wahrheit. Und dann schaue ich euch mal eine Ehe und so rausgeheft. Und für euch, wo ihr die dort? Am Hort? Wo fielst du von dir am Hort? Hast du die stuipend, weervolle Fried von Christus, was er gegeven hat? Kannst du mir sagen, wor du nun gericht fielend hast? Hast du ein klein bisschen Angst, nach mir gehen, worüber ich dir irgendetwas, was du mit Blut fielst du mir? Dort bloß mal obdagen, ja? Hab ich dir irgendwo durch den Tag was du dohnen, was du nicht kannst verstohnen? Falls du so, ich habe nur Zeit genommen für die Kinder, wo du die Dage einfach bist, mit der Hauptstadt warst. Weißt du, was dann jährst du an dein Seilische Ding nennen? Ich habe hier noch ein Bild gemeldet, hier hängen wir, dort natürlich die Porte läuft wieder am besten Tag und wir gehen rauf in eine Seilische Sied nennen, eine Seilische Sache nennen, want ich soll aufmalen, dass ich versäkern meine Frau nennen zu kommen, dass ich erzählen kann, wer sie ist, was sie ist und wo sie wirklich Seilisch feilet hat. Die Pennen. Und nicht bloß, dass ich will weten, wo sie feilet hat, ich will mich offenbaren zu sehen, wer ich sehe. Dass ich mein Gefühlsleben duib im Hort are sharing. Und weißt du, da ist wo wir waren, das Gäsel, die Leben büren. Da ist wo uns das was Opdagen von wo wir mit Christus sind und da ist wo ich kann anvore wo meine Frau ist. Und wenn das passiert in das, dann kann sie sagen, ja die Waschmaschine ist teuer. Sie kann sagen, ja, wo mag ich das mit der Kind tunen? Da ist das alle auf. Und dann ich habe, wir taubt gönne mit dort. Und dann an sie je vielen taubt nach Gott gönne, hier nach hecht gönne. Und da ist wo wir diese Connections machen in ans Leben. Aber weißt was, wenn ich sage, dass wir mit dem Licht wohnen, dass es im Licht ist, dann müssen wir klar haben, wo das Licht ist. Wenn ich im Licht wohnen will, dann sehe ich, mit mein Hohet oben in Lothat von Ahr ganz bedachen. Ich sage, meine Tjampfe, die ich im Dach geholt habe. Ich sage, meine Besorgnisse, die ich habe. Ich sage, wo ich immer mit sehen worden. Und ich sage, wo ich schaffe, sehen, wo ich mit Gott Gemeinschaft habe. Und wo ich mit Gott er kann connecten. da ist alle auch. Wir haben erst Johannes Kapitel 2. Dort ist noch das Ängste, wo er von dem Licht wandert. Er sagt, Johannes, das habe ich geschrieben, dass ich nicht sind. Und das ist, was ich will verteilen, diese seilische Connections sind, als eine große Antwort, dass wir nicht sind. Denn wir hatten die seltsche Connection, die mit Jesus Christus hat. Friede, die er war, wo er meinen Partner konnte geben. So das ist ein es Erste wird spätig, was er kriegt, wird sieben jahre. Da wird ein kleiner Plastik geholt, was hängt und eine kleine Piep an haben und kreien. Das ist das spätig, was ich hatte. Dort hat ein Kind dazu statt, weil sieben Jahre hat mein Geschenk gekriegt. Wenn wir in so armen Familie die erste Show gekriegt, die gekauft wurde, dann werde acht Jahr verheiratet meine Mame Bannere vertrei schniden und Olle Backster Lampe nehmen und nähe die an, dann bogen wir die mit Banger und meine Feiten an, nicht kalt wird. Nicht bloß dort gespielt mit Klotz, ein Klotz wie ein Traktor und ein Klotz wie ein Combine. Dann hat wir Arsch geklampen und dort steckt man dort wo wir haben in Moog Heves und ich fuhr den Combine da mit Klotz Da wird das Spieltick war ich hatte und weißt wort mir nicht das charakter schön ist das von der jetzt ne wenn ich will sein dass ich emotional will connect mit unserer kleinen Kinder unserer Große oder Jemann Dünne Kinder wir nicht denken und diese Klotz weil so von Jut hoff la Jux ist dort wo ich gut bringe wir als wir brücken uns von hoort und te loten und die leu wo wir an zu chingen von der Bann sind und nehmst du mal tid der weetvolle tid vor ein kind wo er war paar tachentig jahre neentig beholen wenn es klar blift wir haben das ausgefangen und unsere klassen dass wir manchmal freund däunen die können mal alle abschreven was die weetvollste das du jung weers was die äldre duiden well wir würden so denken wenn die jungen haben vorwieler von 10 oder 15 johra oder morgens ich will von 7 oder 8 johra da würde dann abschrieben oder die mames die würde schriebe was eine die papp geträgen oder so ein ding ist tot weite was 99% von de schreiber von de tid was dad gebrückt hat mit er ein jung der seht was mit witzvollste von mein lewe naß da ins papa mal da machete naum dann seht er mit chit naum und gaufe mich auch eind und eck wie ein kleiner jung dann ging wie in hakt an sin stich im bosch nan dann sacht wie an sedol und heit haut bloß mal tieten vertalen mit me dort behilt ei und hier ist ein klein bit von emotional connections was ich will sagen wirklich mal nennen lo ich wenn du weißt diese säilische kontakt haben mit den chit ja von klein an dann kost du mit den seien rassas josh jungen auf knäue verlängern ihr krüppern in bräum krank ist er bräum dann lädst du die nähen wo dem jungen dort jät und du mag sin hoort op mit so wach mit am spälen und wenn die stehen ja wört dann die do jungen dort jät und du fragst ihn du nimmst ihn nochmals von 10 joh ab und schau direkt ihm ein bisschen an und weißt weißt was Johnny ich leicht die von hoort Gott hat mich die gegevt und ich sie so danken die du hast so viel go und ich kann nie sein du warst groot worden du warst weise als dann juf sie dem sehen weißt das ist seilische jemeinschaft was am wird aufmerken zum Gott checken und weißt ihr wenn du was von clean up da und da sind wir 15 oder 16 joh wo wir manchmal sagen die Jugendjahre sind sehr viel die weil er einer weich gön und es nicht unbedingt art das Jugendhafen weich sie weil er einer weich gön Gott mag die rei taum er eine weich gön und die sollen den weich schreien weil du das hart was habe das jent dann wird das die eine entscheidung wird merkt das wird die nur rood und vrouw will und das sind die zeilische connections die die hauptsache ist in das wir haben viele die weiten sich nicht mit die Jugend wenn alle diese neue mode die in kommen wat mag die alle lot die wo young die all die was chingen hauptsache mens von wie maul den racht in rood haupte for dit en ek wel jent in racht in rood jew war ek geloof wat wie ein gott is wo to fingen dat geheimnis to fingen en is a zeilische connection mit die chingen do wo die noch nicht is a jessel die connection verstaun channen aber die am by die war a train wat du by christus chricks dat dat connected dat dat du en jong wat a gos drich has in de sand we en mens die hoort is baus van klin baan en a chempt wat dat die chingen ware ungeheursam sane wo waw waw hast u die daun waw zack a chingen met a strof fag weil jent nicht leren chint nicht je strof sal waren ob dan ge klagen an die strof dat die die zeilige je vele was met gong am dat die met am roze van die strof is en dat noem strof die am an foote is en ik zie die so goud ik lief die wat kan ik met die te doen dat die je hars am bas en dit is die zeilige dat deze klas is gans krak verjuind dat je van clean up aan deze klaar het melken dat je met vele mat a chint en goeie met pad het groot is zeggen je moet afleren ongehoorzaam zijn je moet afleren gore zijn op immer in deem zijn dat je dat raden van de te te macht dat wat je z dit niet angst maken van de en zeal is allemaal de ruit te raden van de to wat je maak mat is trof en dan den weg wieder dat op halen dat deze zealische gemeenschap dat nu wale ik nog een klein beetje tijd nemen tom bot ze zealische gemeenschap dat om de roid melken to ook el worden des en schutz wat dit is en deze zealische gemeenschap en dat 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 is een schutz der lieb dat is een schutz van leid dat is de kienge feile zich safe toos de feile zich beschat toos de feile zich je leid toos en ek weet dat nacht en de jore wie dat 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 wat mij abhaalde dat vergoas drich zijn op goos goon en zupen ek dacht am aan mijn mam waarom dacht ik doel zijn die would mij niemals uitgrunzen op wat hij rood maak wanne ik in huis keim en zij feil mo wanne ik dacht dan had zijn lampe licht en hoort ben lekt licht en zij leek heb ik ne bij bad en ik weet niet van wel aan zo zij connect met is en ik wist die seilische gemeenschap wie en dus ik dat wie mene radung der mene mene van jesus christus en dit is een connection en die schutz om hem te haar is zo weet vol dan dan denken aan toen bij spelen mijn jahles en jongens vroes en man wo God dat gemerkt haf en dit mocht en ons mensch het hier dat zaya veel van onze vroes er tjane niet werkelijk des schutz we dat groots hier van de man wens de man is dat hoopt en zo als christus dat hoopt is van de man zo is de man dat hoopt van de fru so dat we ons alle trubbel gans aan armen lehnen tjane dat is wat een fru saal aan de man tjane en God haf die so gemerkt God haf een fru mensch eifer die mocht eifer op zo'n vaj dat hij had een verlangen om je arm te zijn en dat wat we vinden ons en eik nou dat de schutz der libe de protection of love kan op engelsch zijn dat is wat een hem zel zijn en dat is wat de voorde is en wanne hij dat is dan beleven de me alles des schutz van een mensch en het zijn de emotione knexen zee op tjern en papagoon dat zijn zo' vele wat angst op papa dan ze papan tjern lera staan wanne ze zijn koster hier was dan ze die mam zo' som papa tjern dan je vade wat en mijn papaya schemt dan meint het han ho en dat je hoeft niet in schutz der libe am hem ik wel niet zair dat nie moest passeren zol wanne die angehoorzaam zijn dan broek het tot ober die anhalt ware van dem vore to die dag dat ook tot de zins krijgt ze goud die zol emma door zijn dat die het hoort op haft dat die kinderen kunnen zijn dat die strofe dat ik heb met raag verdiend weet je we hebben veel mensen te doen en ik word het gans klaar aan som die ze zijn zo verbeterd over die strofe die gekregen en som die ze je hebt veel strofe gekregen op een oorzaak dat we aan mijn schuld en weet dat het die kinderen had verstaan waarom ze strofe kregen en want die vore is uit wat schachten het uit natuur uit dal het door het verbreken dat na des weet waren van deze schutzende lewe en deze emotions dat van mij alles appassen want dat er kon zijn wat daar wordt die van toes gaan dan wordt die schutz even geeft naar die maan en dat is waar het anfangen het wie andere brokken deze tober reet om te merken dat die reid zijn om eige leid worden waar het zelfde ding passeren kan en wat dat passeren dan kunnen die kinder aan this connection komen en het is een lang wat wij hier uitleven doen ik zei me dat jessel is een heg en dat emotionele is te zied en wanne ik het te zied als man als vader am hem zie wat ik hier to God zie dan worden onze kinder die leen het ha dat ook te keren dan wo die dan en bossen dan wo die versto ne keren die maar dan ach er een entscheid om ik te beteren dat jessel is dan ook kan ik niet doen van mijn kind of ik kan mijn hoort op aan versto ne wanne kent is wat du as dat wel zich beteren dan kan ik dan ik dat dan dan ik keren wat ik kan met die met feile dat is een ding wat die selts wat moet entscheiden tussen die en God en dat ben wat du in doepa seilische gefeel keren wat die wat weet vold zijn so en daar is een ding wat mij zo zit wat ons alle me van feile dat met is a zeilische connection en ik wil dat met geven dat je dat tuus doen die zijn die alle komen horen en ik wil dat dat je dat dat je dit aan feite doen en mag je het me lop en wat wil je een lees zijn wanne die een zin leven dan kost dat niet wanne ik pleet dingen mijn hoort en ik wanne mijn frie en frie wo feilst die na fein feilst die van wat glijk dan staat dat bij mij op want dan 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 wanne ik me rijdmerken van de antwoord wat niet waar het is en dat wat ik is dat want we am licht wanne so is het licht is door as wat deze gemeenschap schaft en voor all ons wat we niet in open klare leven doen ons hapt dat niest weet wat ons hapt dat dat is niest wie broek dat op te ha en wanne we dat op han wat wat je klaren wel is want jim christus gemeenschap ha dan mag dat op vele van on cent dat niet je waant er kan ma leid je hot wanne ik nou dat frau en dat wat meint dat seilische connection en ik vraag ma een einfache vraag ik vraag de man weet wat je dat jet wanne ik alleen tuss is na nee dat weet ik wat kan ik ik dat dat en boah want wanne du die weet volle t t t niet tuss pas weet wat dine fruit dat jet wanne die versindigt has weet wat dine fruit dat jet wanne die a grunzen is dat zijn so een frau dat wat je een sales frau dan wanne die niet säilisch op is met dine fruit dan kan waars waarsch waarsch niet weet en dat is een ding waar an so je bit hal bedaan en het geestel je leven maar te verstoene want die emotionally zailisch deze connection als wat du terecht van god en karak dat je veel wat ik terecht van god wat ik ben dat ik ga en zie karak dat je veel kan je uitleven met mene fru en je me schaf ik zei maar mo want ik zie je rest en ik ha me waar emma ik mi ge gecancelled en wola ik een feiner krist en ik lewe ik wier kobe ik word toch nog fleischlich waarom ik moos dat drie stonden in alain satte stoenen en me deed de knij alza wai en schist ik ik mo vora en fru en ik hier moet ik gaan om frashticket teken na ik had first class ik moos naar andere steden gaan en noch andere steht rum dann stand ich da war er lange lud dann sich ist da wir dann sehr sonne detail ist nicht hier doch muss ich dort und dann ging war der träger hingestohne und weißt du war der kieler dreht ich will noch einmal geduldig sein exigen karras da hat mir mir mal gesagt ich kann nicht doll worden ich kann nicht eidel ich war und dann seht es doch die first class sei wie war die hotel betont dann kostet mori fliegen dann sich ist da wir dann okay kann ich fliegen mit nächsten dach dann sind sie dort die hotel betont nur hotels und alle fall wie hat ich eine meier okay bleibt dann an christ und dann sehen sie zu mir kostet die seltsen hotel seht ihr gewonnen und dann nimmst du das receipte mit und bringst das nana und wasch den kredit verdaut all right dann ging ich dann darauf würde hotels und rütt von airport würde hotels und alle wieren und sagt da wir rein alle fall bitte eintet wird die zwei stunden was sie da fahren fahren würden zwei stunden mit träg bringen oder wir machen acht stunden wieder weg fliege soll ich konnte nur eine eine stunde zu sein und ich bleibe immer noch dreht ich gott weit wurde zahl dann seht es zu mir die koste eine lange gewonnen hat wenn sie first class hat so ein klingt dohan da wird dann eine halbe stunde halb twaalf so oberst dann sieht der ich wieder jenke doh an die stunden dann sei sie ja die koste in einem klack twaul mal zurück wie market to all right ich bleibe noch immer trottig und sei dass das andere langen international doch als diesmal klick ein top dann ging ich da noch eine stunde und wollte schloppen und er reicht meine auto ich wollte hier neben haben wird schloppen oder schlip drei nusch und dann denk ich eine verste stone an wo die banken sind mit all die krumme oberlinen door und da lege ich ja hobert eng gott xo balance listen ball und dann mal einmal schaft da mal einmal fangt die teufel unter schaufen an mich doch so hier lege und er kriegt dann war er sich oder xaien wel es ans leben essen kauf aber wort mich schein ging meine früfe talen möchte passiert wir dort wird diese emotional connections war er war ich holl an x-ray work do you chanf tot und mit you hot akkut alle hante pläne mutter airline to down axie in soja feiner krist und wächst ihn manchmal soja sehr fleischlich akkut akkut ganz er noch erpland auf eine halbe stunden eind wo ich mal einmal an word wo name nehmen das hier danke mich an namu kreik sich axie kreik out dort dreide ich dort am an den leben dann sieht man einmal dank sein gott für dieser erfahrung wo fällt duzende menschen die gebüte und kalde auf die Smentflue. Und ich sehe hier, und ich habe, das dreide mich daran. Dann war ich dankbar. Ich sage, ich habe dankbar für diese Ervorragung. Diese fehlt mir. Weil ich halt so lange niemals durfte, sonst das Ervorragung. Diese emotional connections. Als ich das erst dachte, weißt du was, ich habe das wahrscheinlich gebalanced. Das ist viel besser. Und ich will auch schlappen da oben. Und ich dachte, wenn ich aufplomst, dann schlägt das nicht mehr. Das ist nicht mehr. Dann will ich das anschlappen. Und ich habe dann noch halbwegs schlappen von dem Tag lang. So, wo ist das? Dort gefiel. Nicht, was ich erst hatte. Wo ich kriege, nun saß er acht Stunden stehen und geräbeln und verset den Christus an. Ich muss immer wahr sein, immer wahr sein. Wenn ich da auf die Kante legge, und klar hat mich, wo ich dankbar bin, dann kommen diese Emotions. Dann fühle ich weiter Gout. Und ich habe das halbwegs gerecht, und ich fühle, wie ich will, nächsten Tag. So, das sind emotional connections, das ist für mich, ein wertvolles Ding, und ich will nicht hören, dass ich da böse bin. Oder es ist ja, wie wir das Leben wo uns mit Gott verbringen. was wird da. Das ist ja, Und ich will nicht mehr.